so herzlich willkommen heute holzmangel und da gefallen hast du holzmangel da unten bei euch also nehmen nur falsch benutzt das ist das schilder für komische blinder was so Dome land. Dome. Der liegt. Oh ja. I've not survived. der ball noch holz also ist nicht wieder der halbe stand in meinem halben standen im moment ich habe ihn noch irgendwo hingeschmissen das war ein quad habe ich gerade aber ich habe noch waren mit zwei halben stemmen nach oben eine hat nicht funktioniert so eine türe auch erst ins wasser gerollt wenn es geht oder nicht so ist immer eigentlich darum geht es doch wir wollen die mit selbstfahrende plattform haben das ist eine neuer plattform das nicht mit der äußeren ecke ich verstehe das auch wahrscheinlich muss das auch erst und darum gebaut sein also hier christian oder wirklich so kann ran ist auch eigentlich überall also für die sechser plattform zu mir ist wie gehabt die neuner geht nicht voll dafür müsste hier wahrscheinlich auch ein torn sein ich gehe mal da hinten kurz munition sammeln bei dem typen da hinten am strand da hinten tauchen das war ein bisschen katze futter das kürzen futter aus der dose gutes nass futter kürzen hier hätten wir auch ein zelt gehabt hätten wir zurück müssen dass man auch hier schlafen was ist denn das hier nicht mehr ach merkt mir ach merkt mir ein bisschen tinnenpatronen hier energietrink ammunition granate hier 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 an jetzt kommen wir hier von hinten ja aber ich hab grad granaten wir sagen wir können mal ein bisschen werfen der ist raus noch nicht so weit klats ich habe mit dem Kopf weggeflogen ja erst das hoppa ja es ist ein schuss und dann sind wir down ja meistens leider sind die großen brauchen dann schon drei oder so wohin kann man wohl im wasser aufstatteln so lange bis man schwimmen muss oder da ist noch einer ach da kommt noch einer ja na ja 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 auf der Ich habe vorhin noch einige geöffnet. Ich habe es letztes Mal, aber vorletztes Mal wir auch noch etwas geöffnet haben. Hatten wir noch einen oder noch zwei oder was da war. Ach ja, ist was los hier im Strand? Hat doch eine Fleischschmütze auf. Gute Happening. Der hat nicht nur Fleischschmütze, der hat auch Fleisch-Bus-Panzer auf. Da muss man hier in die Beine schießen. Nur noch die Frage, gehe ich dankst dem Hai um extra Militoren zu holen, oder? Ich habe ihn auch schon überlegt. Ich schwöre mal hin. Ich muss ihn erst mit Granaten bewerfen, oder so. Man kann ja auch keine Brücke hinbauen, ne? Das ist ja... Was ist eigentlich... Ach das wollten wir doch eigentlich gucken, wo es dieses Segelschiff gibt, oder nicht? Oder es geht doch irgendwo so eine Yacht angespült. Wie machen wir das eigentlich nicht? Wenn wir nur im Bauen sind heute, ne? Es wird heute Abend nicht mehr geben, glaube ich. Naja. Gebaut, glaube ich, haben wir für heute genug, ne? Aber weiß einer, wo das Ding ist? Ne, ne? Nö. Bei unserem Glück auf der ganz anderen Inselseite. Mal eine halbe Stunde zum Himmel auf in 20 Minuten. Achso, der Fisch schmeckt gar nicht mehr so gut. Finde doch fast nix, außer Durst. Finde doch fast nix, außer Durst. Neue Yacht, oder so heißt das. Keine Ahnung. Okay. Oh, schau mal, guck mal. Da wird dann eh in einer Bucht sein, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich die Bucht auf der anderen Seite der Insel. Die Bucht. Keine Ahnung. Wie weit kann man die Karte noch rauszoomen? Zahnrad. Oder... Klicken mit Zahnrad. Glaube ich. Was ist das? Ich habe die Yacht, sehe ich jetzt auf YouTube, habe ich jetzt ein Video, wo die Yacht-Vocation ist. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz schlau da draus. Aber ich bin noch nicht ganz schlau da draus. Ach, das ist... Schnellberge. Schnellberge. Ich würde sagen, wir laufen einfach. Es wird gleich dunkel, ne? Also... Weit laufen können wir nicht mehr heute. Keine Folge dann noch und dann war's das. Hm. Das sind schon mal mehr, oder? Wir können ja ein Zelt und da geht's bauen. So. Ihr habt alles, oder was? So was? Ja. Ja. Was jetzt die bessere Richtung ist. Wo willst du jetzt noch hin denn? Einmal am Strand lang laufen. So lange wie es geht. Damit wir hier diese neuen Yachten, es gibt doch neue, angespülte große Yachten oder so. oder Segelschiffe. Okay. Weiß nicht genau auf welcher Weise. Wir müssen schon ein bisschen weiter laufen. Wo los? Ja. Ich glaube, voll auf die andere Seite. Weißt du, wo die ist, oder was? Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Okay. Wir sind jetzt erstmal zurück zur Base. Haben wir schon mal ein Stück. So, da sind wir runtergefallen. An der Stelle muss ich das echt noch üben, mit dem dann gleich nach links. Ja, da klettert er fast von allein und dann einfach gleich nach links drücken, dann passt das schon an. Und wenn wir dann nachher irgendwann den weiteren Zielbahnhof einbauen, dann klappt das Wort schon gar nicht mehr runter. Ja, das ist die dritte Nummer. Hier hat das geklappt. Hier ist der Freitag, aber drüben nicht. Wieso? Wo ist denn der Unterschied? Kann man das mal einer erklären? So, welche Richtung sollen wir jetzt mehr? Mehr zur Essens oder mehr zur Mitte? Zum Raus. Also wir müssen, glaube ich... Hast du was gefunden, Gerhard? Nein, noch nicht so schnell wieder. Ja. 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 Ich glaube an die ganz andere Seite und dann oben. Und wenn wir... Äh... Muss ich das einmal gucken. Das ist Norden. Das wird Norden angezeigt. Das ist Norden. Dann in Osten. Nord-Nord-Osten. Sollte eigentlich schon eine Boot. Also erstmal Richtung Schneeberge und dann oben links an den Schneebergen vorbei oder was? Ja. Große Wasser nach unten. Und Schneeberge. Du machst jetzt noch eine Folge? Okay. Einmal 20 Minuten, dann können wir in die Richtung hinlatschen. 20 Minuten, ich hoffe, vielleicht nicht ganz, aber... Ich weiß gar nicht, ob es nicht diese große Bucht ist. Bei uns sogar in der Nähe. Hast du auch eine, 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 eine Dock? Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, was ist diese Dock? Die könnten wir sogar vielleicht noch erreichen in der nächsten Folge. Die geht ja ziemlich weit. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. So, vielen Dank fürs Einschalten. Kurz zur Pause. In der nächsten Folge suchen wir die Yacht. Mal gucken, ob wir sie finden. Bis dann. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. CBD Vielen Dank.